Für Englisch Subtitles, activate the Subtitle Button, please. Hallo liebe Reptil-TV-Freunde zur Folge 48. Heute haben wir uns ein ganz ausgefallenes Thema überlegt. Ihr kommt nicht drauf. Thema heute, Königspythons. Trotzdem, dass wir das immer wieder behandeln, ist einfach unser Thema Nummer 1. Als Arbeitstitel hatten wir uns überlegt, vom Ei bis zu den Eiern. Was wir damit ausdrücken wollen, ist einfach, wir wollen zeigen, wie der kleine Königspython aus dem Ei schlüpft, bis hin zum adulten Tier oder bis zum adulten Weibchen, das wieder Eier legt. Da wollen wir ein wenig so einen Kreis mit euch beschreiben und euch zeigen, wie wir es machen. Viel Spaß dabei. Jetzt kommt die blöde alte Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, beziehungsweise die Schlange oder das Ei? Stellt sich bei uns gar nicht, bei uns ist immer zuerst der Brutapparat da. Da gucken wir jetzt rein, ob wir was drin finden. Schauen wir rein, was wir da drin finden. Immer spannend. Hier haben wir schon so angeritzte Eier, die haben wir schon leicht ein wenig aufgemacht. Und hier ist ein kleines Baby. Das ist jetzt heute Nacht, ist das aus dem Ei geschlüpft. Macht die klassische Ballhaltung natürlich. Und jetzt wollen wir euch beschreiben, wie wir so ein Tier groß und stark kriegen. Wir haben hier unser hübsches Schlänkchen. Wie wir gesehen haben, ist die selbstständig aus dem Ei geschlüpft. Also wir poolen die nicht aus dem Ei raus. Ich meine, diese Fensterei oder das mal ein bisschen ins Ei gucken, was ich auch mache, das ist üblich. Man kann das auch vorsichtig machen. Wichtig, das Tier soll selbstständig schlüpfen. Das geht einfach so zwei Tage, bis die aus dem geöffneten Ei rauskommt. Dann haben wir das Tier hier, was wir immer als erstes noch machen, das Geschlecht nachschauen. Nicht, weil wir es da besonders eilig haben, sondern weil es wirklich so ist, direkt aus dem Ei geht es ganz einfach. Kann man einmal nachschauen. In dem Fall hier haben wir ein Weibchen. Das schauen wir nach, das beschriften wir dann auf der Box und dann wissen wir das für alle Ewigkeit. Dann brauchen wir das auch nicht noch hundertmal nachschauen. Betreffs Boxbeschriftung, gutes Stichwort. Wir schreiben immer drauf, was es für ein Tier ist. In dem Fall Normalfarben, Weibchen, Nachzucht 12. Dann schreiben wir hier noch die Elterntiere auf die Box drauf. Einfach für uns zum Nachverfolgen, was es für Eltern waren. Und dann können wir das Tier in seine Behausung einsetzen. Behausung mal ganz allgemein ausgedrückt. Wir verwenden hier diese Boxen. Die sind, ich glaube, 35 mal 30 mal 50 oder so was haben die von den Maßen her. Ist ein praktisches Einstiegsterrarium. Natürlich kann man auch ein Glasterrarium verwenden. Viele Terrarianer verwenden Rex. Wir selber, für uns haben sich halt diese Boxen perfekt bewährt. Dann kommen wir jetzt zur Einrichtung. Das Ganze ist recht sporadisch eingerichtet. Wir haben hier unser Wasserschüsselchen. Dann haben wir hier diese Schlupfboxen, die wir immer verwenden. Das ist einfach so eine Haushaltsbox, so eine Tupperbox. Da gibt es natürlich auch richtig schöne, die natürlicher aussehen. Wichtig, das Ding muss einfach zweckmäßig sein. Dann haben wir das feuchte Moos drin. Ganz wichtige Sache. Der Königspython will sich einfach in einem feuchten Versteck verstecken. Als Einstreu verwenden wir hier dieses Reptivood Fine. Das ist ein Weichholzeinstreu. Hat sich sehr gut bewährt bei Königspythons. Wir verwenden das nur, schimmelt nicht, wenn es nass wird. Und saugt den Kot oder den Urin einwandfrei auf. Das war es schon zur Einrichtung. Das ist zweckmäßig. Das ist das, was das Tier am Anfang braucht. Man kann das Ganze natürlich gerade in einem Glasterrarium auch viel schöner gestalten. Mit Ästen, mit Pflanzen, Kunststoffpflanzen, mit schönen Wurzeln. Wenn das ein Highlight im Zimmer sein soll oder ein schönes Ausstellungsterrarium. Für uns ist das halt einfach so züchterisch einfach gehalten. Aber die wichtigen Sachen, die das Tier braucht, sind da drin. Das war jetzt die grobe Einrichtung oder die primitive Einrichtung, so wie es wir machen. Das Allerwichtigste bei der Tierhaltung oder Schlangenhaltung oder Königspythonhaltung ist natürlich das Klima. Wirklich das absolute A und O. Das müsst ihr sicherstellen. Ihr müsst das Terrarium beheizen. Also wir stellen das jetzt in den beheizten Raum. Aber die meisten von euch werden das Terrarium selber beheizen. Über einen Wärmestrahler, über eine Heizmatte unter Umständen. Das muss passen. Das muss stimmen. Ihr braucht am Tag 30 Grad. Nachts 25, 26 Grad. Das Ganze müsst ihr natürlich mit einem Thermometer nachmessen. Die Luftfeuchtigkeit über einen Hygrometer messen, damit ihr eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit habt. Es ist schwierig, die hohe Luftfeuchtigkeit in einem trockenen Wohnungsklima. Aber ihr müsst gucken, dass ihr deutlich über 50, 60 Prozent rauskommt. Vielleicht sogar 70 Prozent durch Sprühen, durch Moos. Und wie gesagt, das Ganze nachmessen mit einem Thermo- oder beziehungsweise Thermohygrometer. Übrigens, das Licht ist der Schlange völlig egal. Wir haben einen automatischen Tag-Nacht-Rhythmus durch das Licht, was von außen einfällt. Ihr braucht aber nicht ein spezielles Licht im Terrarium. Und ihr braucht erst recht kein UV-Licht. Es sieht einfach schön aus. Wenn ihr ein Glas-Terrarium habt, ein schön eingerichtetes, dann macht natürlich Lampen rein. Das wirkt viel schöner in der Wohnung, wenn das schön beleuchtet ist, das Terrarium. Jetzt in der Reckhaltung oder in unserer Boxenhaltung oder selbst auch in einem Terrarium, wo ihr jetzt nicht so Wert auf die Schönheit vom Terrarium selber legt, könnt ihr das Licht weglassen. Es ist für die Schlange völlig egal. Die Schlange selber braucht kein helles Licht. Unser Schlängchen fühlt sich jetzt rundum wohl. Es hat das richtige Klima im Terrarium. Es hat die notwendige Einrichtung. Ist jetzt ein paar Stunden oder ein paar Tage alt. Man sieht gleich ein wenig. Die Haut hat noch diesen komischen Glanz. Das kommt daher, die Tiere, nachdem sie schlüpfen, müssen sich erst mal das erste Mal häuten. Das geht so sieben bis zehn Tage nach dem Schlupf. Häuten die sich, streifen ihre erste Haut ab und erst dann tun wir die das erste Mal füttern. Vorher wollen sie nichts fressen, werden nichts fressen. Brauchen wir erst gar nicht anbieten. Wir warten auf die Häutung und dann bieten wir das erste Mal füttern. Jetzt sind 14 Tage vergangen, zumindest symbolisch. Ich habe hier einen Babypython, der sich frisch gehäutet hat und jetzt für die erste Fütterung bereit wäre. Kurz zur Größe der Futtertiere. Ich erlebe es immer wieder, dass Kunden oder Terrarianer irgendwelche Babymäuse verfüttern wollen. Das ist falsch. Also auch in der Natur oder die Tiere allgemein, die schaffen schon richtig große Futtertiere. Also in Anführungsstrich große oder zumindest im Verhältnis zum Körper der Schlange große Futtertiere. Also solche Springermäuse wie ich hier habe, man sagt Springer oder Absetzer, sagt man dazu. Das ist eigentlich die optimale Größe. Sowas in der Größe verfüttern wir jetzt. Noch kurz zu den Utensilien. Ich habe hier so eine Metallpinzette, um die Maus zu hantieren. Das ist eine hygienischere Geschichte und die Maus soll ja auch nicht nach meinen Händen riechen, sondern nach Maus riechen. Deswegen verwenden wir sowas hier. Dann nehmen wir das Mäuschen und setzen sie zu der Schlange ins Terrarium rein. Wir füttern lebend. Ich denke, das ist die artgerechtere Methode, ein Tier zu halten. In der Natur fressen sie auch lebend und nicht tot oder gefroren. In Deutschland ist es zum Glück erlaubt oder gibt es da keine Einschränkungen. Die Schweiz zum Beispiel schränkt es ein. Nur in Ausnahmefällen darf man Leben füttern. Aber bei uns hier in Deutschland ist das okay, dass die Schlange die Maus artgerecht und schnell töte. Das haben wir schon in einer anderen Folge behandelt. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal erklären. Abgesehen davon füttern wir im Terrarium drin. Also zumindest wenn wir nur eine Schlange im Terrarium halten, können wir im Terrarium füttern. Ist der Schlange auch lieber, hat sie weniger Stress, wie wenn wir sie rausnehmen, in eine andere Box setzen zum Füttern. Im Terrarium, da fühlt sie sich wohl, da hat sie ihr Zuhause und da frisst sie auch am liebsten und am besten. Also habe ich zwei, drei Tiere zusammen im Terrarium, dann geht das natürlich nicht, da muss ich sie einzeln setzen. Aber habe ich nur ein Tier, wie jetzt in unserem Fall, fütter ich es da drin. Früher gab es mal das alte Ammenmärchen, dass wenn ich die Schlange im Terrarium fütter, wäre sie aggressiver, weil sie immer denkt, jetzt kommt Futter. Das ist ein alter Hut, hat sich überholt. Also die Schlange kann natürlich schon unterscheiden, ob ich da jetzt eine Maus reinschmeiße oder ob ich mit meiner Hand drin hantiere und die Schlange rausholen will. Mein Schlänkchen gibt mir klar und deutlich zu verstehen, dass sie heute keinen Hunger hat auf diese Maus. Jetzt noch nicht schlimm oder am Anfang noch nicht schlimm. Also gerade die erste Fütterung direkt nach der Häutung, so zwei, drei Tage nach der Häutung, ist es oft der Fall, dass sie nicht fressen wollen. Das Gleiche probieren wir fünf, sechs, sieben Tage später. Da kann es auch nochmal sein, dann können wir es nochmal eine Woche später probieren. Und erst dann müssen wir uns langsam Sorgen machen. Also jetzt nehmen wir das Mäuschen hier mal raus. Natürlich nur, wenn ich sie erwische. So, habt ihr. Nehmen wir die raus, Schlange setzen wir wieder rein. Und wie gesagt, jetzt können wir ein paar Tage warten und dann probieren wir es einfach nochmal. Der Worst Case ist eingetroffen. Mein kleiner Pythorn will jetzt nach zwei, drei weiteren Versuchen immer noch nicht selbstständig fressen. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Tier von zehn oder zehn Prozent der Tiere, oder vielleicht sogar noch ein wenig weniger, vielleicht fünf Prozent der Tiere, denen muss man dann gleich ein bisschen helfen. Die gehen trotz perfektem Klima nicht selbstständig ans Fressen ran. Und das müssen wir unterstützen. Jetzt nach vier, fünf Wochen Zeit, die vergangen sind, nimmt die Schlange auch langsam ein bisschen an Körpermasse ab. Sie wird gleich ein wenig dünner. Und jetzt können wir nicht weiter zugucken und uns wundern oder denken, na hoffentlich frisst sie bald oder uns irgendwelche Tricks aus dem Internet holen. Jetzt ist einfach die Zeit für uns, dass wir das Ganze ein wenig unterstützen müssen. Dazu machen wir das sogenannte Ins-Maul-Legen, sagt man zu der Methode. Da brauchen wir so eine tote Babymaus, die schon ein bisschen einen Pflaumen hat, ein bisschen behaart ist. Und diese Babymaus, die tun wir der Schlange ins Maul legen, mit der Hoffnung, dass die Schlange die Babymaus dann selber weiterfrisst. Ich habe hier meine Schlange, meine Babymaus und meine Pinzette. Jetzt muss ich der Schlange vorsichtig das Maul öffnen. Wir haben es schon mal in einer älteren Folge gesagt, man kann auch ganz gut einen Stiel von einem Eis, so einen Holzstiel von einem Schleckeis verwenden. Oder man kann vorsichtig die Pinzette verwenden. Oder einfach mit dem Mäusekopf probieren, das Maul ein wenig aufzumachen von der Schlange. Also wenn ich da ein bisschen rum die Schlange etwas plage, sozusagen, dann mache ich die irgendwann doch selber auf. Und dann kann ich die Maus reinlegen, Kopf voraus natürlich reinlegen. Ich kann mit der Pinzette noch klein wenig minimal das Tier tiefer schieben oder tiefer tun. Und dann tue ich das Maul wieder so zuhalten mit meinen Fingern und lege die Schlange einfach auf die Seite. Hintergrund ist einfach, die Schlange hat jetzt die Maus im Maul. Am Anfang, sie wehrt sich dagegen. Aber es gibt dann einfach so Momente, wo ich merke, okay, jetzt ist der Widerstand etwas geringer. Dann lege ich die Schlange zur Seite. Und dann, in der Regel beginnt dann die Schlange doch selbstständig diese Babymaus zu fressen. Also wir sehen jetzt hier, sie verharrt jetzt kurz inne. Das ist, was weiß ich, ich würde mal sagen, fast ein wenig am überlegen, was soll ich tun. Und im Großteil der Fälle fängt sie dann doch selbstständig an, die Maus zu verschlingen. Natürlich ganz wichtig auch bei der Sache, wenn ich jetzt hier anfange mit rumhampeln und mich bewege und hin und her oder von nahem gucken, dann erschrickt die Schlange natürlich und lässt die Babymaus los. Also ich muss einigermaßen ruhig stehen bleiben. In dem Fall hat sie jetzt nicht geklappt, sie hat sie jetzt dann doch losgelassen. Wahrscheinlich, weil ich hier zu viel am rumhampeln bin. In dem Fall müssen wir das Ganze einfach nochmal machen. Das, was wir euch gerade gezeigt haben mit dem Maullegen, ist wie gesagt ein Ausnahmefall. Also vielleicht ein Tier von 10 oder eins von 20 ist das am Anfang nötig. Wenn ihr Einsteiger seid, empfehle ich euch, holt euch oder kauft euch ein Tier, das natürlich schon tadellos frisst, das schon zwei, drei Mal beim Züchter oder beim Verkäufer gefressen hat, dann habt ihr diesen Ärger oder diese Mühe erst gar nicht am Hals und würde ich euch als Einsteiger zumindest auch nicht empfehlen. Wenn wir den Punkt dann überwunden haben, wird die Schlange wöchentlich gefüttert. Ich würde euch als Fütterungsintervall einmal die Woche empfehlen. Dann wächst sie schön, auch ähnlich wie es dem in der Natur entspricht. Wichtig, dass ihr die Futtertiere der Größe der Schlange anpasst. Also am Anfang diese kleinen Mäuse, wie wir es gezeigt haben, dann braucht ihr größere bis ganz große Mäuse. Dann könnt ihr unter Umständen zwei Mäuse geben, oder eine kleine Ratte. Immer weiter dieser wöchentliche Rhythmus mit angepasstem großem Futtertier. Und wenn das soweit alles gut geht, sind wir ein Jahr später bei dieser Größe, die ich jetzt hier habe. Das ist ein Tier mit 600 Gramm, ist vom letzten Jahr, ein 2011er Tier. Und das entspricht ungefähr dem, wie es auch in der Natur ist. Wenn ich in der Natur ein einjähriges Tier sehe oder finde, hat es diese Größe. Letztendlich muss es so sein, wenn ihr die Schlange gefüttert habt, muss die hinterher richtig schön dick oder kugelrund aussehen. Erinnert euch daran, wie sie als Baby war. Wenn ihr eine Maus gefüttert habt, hat die einen richtigen Bollen im Bauch gehabt. Und genauso muss es eigentlich auch später aussehen. Wenn ihr eine halbwüchsige oder gar adulte Schlange habt und die füttert, muss man hinterher richtig sehen, aha, die hat ein richtig dickes Beutetier im Bauch. Dann habt ihr richtig gefüttert. Noch ein wichtiger Punkt beim Königspython-Füttern oder ein ganz markanter Punkt. Die Leute haben immer Probleme, ja, mein Königspython frisst nicht. Jetzt hat er schon vier Wochen lang nichts gefressen oder so. Der Königspython ist ein Tier, der legt Fresspausen ein, auch in der Natur. Es gibt eine ganz extrem Trockenphase in der Natur oder es gibt sinnflutartige Regenfälle. Ich denke, das sind so die Phasen in der Natur, wo der Königspython auch nichts frisst und sich einfach zurückzieht. Das kann vier, sechs, acht Wochen lang dauern. Dann also vor oder nach dieser Phase fressen die umso mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in der Natur dann sogar alle drei, vier, fünf Tage fressen oder sobald was vorbeiläuft. Das muss man einfach berücksichtigen. Also habt ihr ein Tier, die Parameter stimmen alle, das Klima im Terrarium stimmt, das Tier ist gesund und es legt eine Fresspause ein von vier, sechs, acht Wochen. Macht euch nicht wahnsinnig, macht euch nicht verrückt. Akzeptiert es einfach, denkt euch, naja, der hat jetzt einfach keinen Hunger. Und wie gesagt, danach wird er umso mehr weiterfressen. Noch mal ganz deutlich, wichtig natürlich, dass die Parameter stimmen, dass ihr wirklich das passende Klima im Terrarium habt, sonst liegt es natürlich an was anderem. Hier habe ich jetzt ein Tier mit knapp zwei Jahren. Die hat so ein gutes Kilo Gewicht. Jetzt ein schönes Beispiel hier, oder die Insider wissen es natürlich sowieso, aber die Einsteiger, da kann man es gut zeigen, die hat jetzt diese markanten blauen Augen, milchig blaue Augen. Das heißt, die kommt in die Häutung. Man sieht es auch an der Schlange insgesamt, die ganze Zeichnung ist verblasst. Der Bauch macht auch ein wenig so einen cremefarbenen Eindruck. Aber wie gesagt, ganz markant diese blauen Augen des Tieres. Das heißt, das Tier kommt in die Häutung. Während dieser letzten Häutungsphase, wo die Augen wirklich ganz trüb sind, beziehungsweise dann werden sie kurz vor der Häutung noch mal ein, zwei Tage klar, dann füttern wir in der Zeit das Tier auch nicht. Ihr könntet das Tier füttern, ihr könnt jetzt probieren, ob sie Futter annimmt, aber in der Regel wollen sie da nichts fressen. Früher hat man gesagt, um Gottes Willen bloß nicht füttern, das ist ungesund, da kann was passieren oder sowas. Ist auch ein alter Hut, es kann nichts passieren, es gibt sogar Tiere, die wirklich in der Häutungsphase fressen, aber in der Regel wollen sie nichts, deswegen würde ich es erst gar nicht eigentlich probieren an eurer Stelle. Im Idealfall sieht es dann anschließend so aus, wir haben hier die Haut, das Natternhemd sagt man ja auch dazu, das Ganze perfekterweise an einem Stück, also wenn das Klima stimmt, vor allem wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt, häuten die sich schön an einem Stück, so sollte es sein. Ist dann so ein bisschen richtig aufgerollt, man kann die hier noch ein bisschen abrollen, wenn man will, dann kann man, wenn man will, kontrollieren, ob die Augen gut gehäutet sind, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie die Augen schön mit gehäutet hat, dass da nicht noch die alte Haut drauf ist und sich womöglich entzündet. Kann man das noch überprüfen, wenn man will. Was auch noch interessant ist in Punkten der Häutung, oft halten die vor dem Häuten den Kot zurück. Eine Schlange, die vor der Häutung steht, kotet nicht ab, die hält den zurück und erst wenn sie sich gehäutet hat, dann kotet sie. Also man hat oft den Fall, die häutet sich über Nacht, wie gesagt, und nach dem Abstreifen der Haut gibt die Schlange nochmal Kot ab. Also deswegen wundert euch auch zum Beispiel nicht, wenn vor der Häutung, wenn ihr denkt, oh jetzt hat sie schon zwei, drei Wochen lang nicht gekotet, kann mit der Häutung zu tun haben. Das ist nochmal ein gutes Stichwort, eben macht euch keine Gedanken oder Sorgen wegen dieser Koterei oder wartet nicht, oh die hat noch nicht gekotet, die muss ich erst koten, bevor ich sie fütter oder irgendwie sowas. Der Königspython kotet, wann er will, wann er muss. Müsst ihr euch wirklich keine Sorgen drum machen. Ich habe noch nie einen Kotstau oder irgendwie sowas erlebt und deswegen macht euch keine Sorgen drum, lasst die koten, wann sie will. Wir haben euch jetzt die Aufzucht beschrieben. Wir haben mit der kleinen Box angefangen, die haben wir euch gezeigt. Ganz klar, ganz selbstredend, beachtet die Haltungsrichtlinien. Zum einen die Haltungsrichtlinien, die wir in Deutschland haben, aber beachtet auch gewisse ethische Haltungsrichtlinien. Also haltet nicht euren Königspython zwei Jahre lang in der kleinen Box, bis er über ein Kilo hat. Ihr müsst das Tier dem Terrarium, beziehungsweise andersrum, ihr müsst das Terrarium dem Tier natürlich anpassen. Ihr braucht genug Bodenfläche, das Tier braucht einen gewissen Platz. Ein Königspython ist kein Kletterer, ist kein Baumbewohner, also ihr müsst kein wahnsinnig hohes Terrarium haben, aber wichtig, dass ihr entsprechend Bodenfläche zur Verfügung stellt, damit das Tier sich auch wohlfühlt. Ich hatte euch versprochen, vom Ei zu den Eiern. Wir sind jetzt auf halber Strecke. Wir haben das Baby aus dem Ei bis zum adulten Tier gebracht. Alles Weitere kommt in der nächsten Folge, wie wir wieder dazu kommen, neue Eier zu bekommen, beziehungsweise von dem Tier Eier zu bekommen. Das Wort Ei ist auch nochmal ein gutes Stichwort hier für mein iPhone. Wir haben ein ganz neues M&S Reptilien App für das iPhone, aber auch für Android-Handys. Ihr könnt euch hier diesen QR-Code abscannen, dann habt ihr es auf eurem Handy drauf. Ihr könnt es natürlich auch vom App Store runterladen. Und wenn wir es gerade von tollen neuen Dingen haben, mein neues Königsbüdernbuch, hier als erster Abdruck, kommt jetzt im Dezember. Also wenn ihr die Folge seht, ist es vermutlich schon draußen. Hat über 350 Seiten, hat über 1000 Farbfotos von super schönen Königsbüdern, alle Farbvarianten, die ihr euch vorstellen könnt. Schaut da mal rein, ist bestimmt eine tolle Sache für einen Königsbüdern-Fan und checkt meine Wards. Wir sind jetzt auf halber Strecke, wir haben vom... Was war denn das jetzt für ein... Irgendwas war am Fenster. Machen wir nochmal. Jetzt war ich gerade abgelegen. Thema heute, Königspythons. Ja, du kannst es auch noch länger nach Hause machen. War schön, gell? Ja. Wo Kameralad? Fange ich denn an? In die Kamera lachen. Perfekt bewährt. Cut. Und auch der Schlange wahrscheinlich lieber, wenn ich... Ähm... Guck mal. Der Wurstkäse. Ist eintroffen. Du hast jetzt meinen Kopf in der Kamera oder der Schlangenkopf? Nein, nein. Dein Kopf. Nein. Wir haben auch hier den Matrix-Code. Den QR-Code. Scheiße, wieso? Also hier haben wir ein iPhone. Das ist jetzt unser neues Teil unseres Vertriebs. Wir sind jetzt bei Apple eingestiegen. Ich habe da 60% von Apple übernommen. Und deswegen wollte ich euch in Zukunft darum bitten, kauft nur noch iPhones. Wir werden jetzt iPhones züchten. Die ersten Eier liegen. War gut, ne? Wichtig. Mit Schmackes. Nach Hause.